Bei mir ist heute Dr. Mary Kissel. Sie war schon mal im Video, als wir Kartaffeln verkostet haben, kannst dich erinnern, es war einer meiner Lieblingsvideo, ich verlinke es euch doch mal da oben in der Ecke, schaut rein. Und heute gehen wir mal mit dem Blick einer promovierten Biologin durch den Garten, schauen uns Pflanzen an, vielleicht sehen wir ein paar Käfer, Schmetterlinge und so weiter. Kannst du mir was zu erzählen? Was hast du mitgebracht? Oh, ich habe dir was ganz Tolles mitgebracht auf meiner Heimreise. Oh, 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 das ist ja was Schönes. Halt nicht anfassen, die haben ganz feine, kleine Härchen mit Widerhaken und ich hatte zwei Handschuhe übergezogen, um sie zu pflücken und habe mich trotzdem völlig verstachelt. Die sind recht wehrhaft, die Opunsien. Was kann man draus machen? Ich denke, eine köstliche Marmelade. Eine Freundin von mir hat damit Erfahrung gesammelt. Allerdings sie zu schälen und zu putzen ist ein bisschen schmerzhaft. Lass uns mal schauen, wie man das macht, weil ich sehe schon alles voll mit so ganz feinen Härchenstacheln, die sehen ziemlich fies aus. Wer von euch hat aus Opunzien, also der Feigenkaktus, daraus schon mal Marmelade gemacht oder was anderes? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich habe noch gar keine Erfahrung damit. Was macht denn deine Kartoffelernte dieses Jahr? Kartoffeln ganz schlecht dieses Jahr. Ich habe ja einen großen Fehler gemacht. Ich habe sie unter Stroh angebaut. Ich zeige dir das gleich mal. Komm, gehen wir mal rüber. Lass uns starten. Schon mal vor uns. Das ist ein schöner Baum. Kannst du erkennen, was es ist? Die Blätter haben teilweise diese Form und teilweise haben sie diese Form. Ganz typisch für den Baum, die unterschiedlichen Blätter. Bestimmt schon fast vier Meter hoch bis an die Spitze. Ja, dann ist es eine Maulbeere. Genau. Rote Maulbeere schmeckt super. Morula. Und sie hat dieses Jahr das erste Mal getragen, aber die Früchte dann abgeworfen, bevor sie reif werden. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es reife Früchte. Lecker. Schau mal, dann haben wir meine Küken. Dazu wird aber noch ein separates Video kommen. Die lasse ich immer gerne raus an die Sonne. Dann kriegen sie ihr Vitamin D. Das ist auch für Vögel wichtig. Welche Rasse ist das denn? Das sind die Mechelner. Mechelner kennt ihr schon. Meine Superhühner, die finde ich so klasse. Es ist eine Zweinutzungsrasse. Wie gesagt, man kann sie wunderbar zur Eierproduktion nehmen. Und die Männchen, man kann es auch hier schön erkennen, die hellen sind die Männchen, die dunklen die Weibchen, sind auch gute Eierleger. Also für Selbstversorger ideal. Dazu sind sie noch nicht aggressiv, wie viele andere Rassen, sondern sie sind gemütlich. Es reicht ein niedriger Zaun, sie springen nicht über einen Meter Zaun drüber. Von dem her ist das alles viel einfacher mit den Mechelnern. Das kann man mit Hühnern machen. Die kann man auf den Rücken legen, dann verfallen die in eine Art Starre. Wahnsinn, ne? Ja. Komm, du darfst wieder springen. Ganz verdappert. Wie findest du denn meinen Teich? Oh, ist der schön. Ich finde so einen Gartenteich so wichtig im Garten, also als Biotop. Ja. Es zieht so viele Tiere hierher. Ja. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich weiß nicht, ob du Schlangenphobikerin bist. Überhaupt nicht. Ich liebe Schlangen. Sag nicht, du hast eine Ringelnatter hier. Baby Ringelnattern, also es muss eine Erwachsene da sein. Nein! Und Baby Ringelnattern. So hübsch. Nein, hier am Weiher? Ja, super. Hast du Frösche? Naja, entsprechend wenig, wenn hier eine Ringelnatter ist. Das meine ich, aber hast du Frösche? Hörst du den Fröschen? Ja, man hört, aber es ist nicht so, dass hier alles voll ist und rumquarkt. Ja, dann sind die Ringelnattern zugange. Die holen die sich natürlich. Teich finde ich auch super wichtig. Da sieht man von hier sieht man Rückenschwimmer. Ja, die stechen können wie eine Biene. Über den Teich habe ich ja schon mal einen Film gemacht. Verlinke ich euch auch da in der Ecke. Gibt es alles wunderbar zu sehen. Schaut mal bitte rein. Einer meiner Lieblingsfilme. Oh, Himbeere. Oh, Himbeere. Unglaublich, was wir dieses Jahr Himbeeren haben. Und schau mal, wie viel da ständig nachkommt. Das ist der Traum, echt. Sabine hat vorhin durchgepflückt, also du wirst nicht viel Reife finden. Oh, doch da hinten, schau mal. Ja, allerfetteste, da oben hängt sie. Oh. Mmh. Gut? Mmh. Mehr. Oh, Himbeeren. Also Himbeeren sind dieses Jahr wirklich toll. Oh, und Himbeeren, die köstlichste Brucht. Und weißt du auch, was da oben wächst? Das sieht auch wie, wie Art Mais, Hirse. Hirse, ja. Tatsächlich, so hoch werden die. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Die Sabine war sehr gründlich mit ihrer Ernte. Ja. Teufel auch. Die hat sie übersehen. Mmh. Also für Himbeere mache ich alles. Denk dran, du kriegst die gleich noch in Marmeladenform, ne? Ja, hervorragend. Aber in Rohform sind sie auch extrem gut. Schau, hier ist außerdem mein Kartoffelfeld. Also die Kartoffeln einfach auf die nackte Erde gelegt, dann dick Stroh drüber und sie dann wachsen lassen. Aber das war eine blöde Idee. Die Kartoffeln sind einmal in die Erde gewachsen und ins Stroh rein. Ich musste alles durchsuchen. Es waren zig Schnecken drin. Dann kam noch die Wühlmaus. Also ist mir nicht viel übrig geblieben. Ach, das ist sehr schade. Da muss ich eventuell dir aus der Pfalz gute Kartoffeln mitbringen im Herbst. Und deine Lieblingskartoffel? Die Quarta. Die Quarta ist eine wohlschmeckende, mehlige Kartoffel. Meine Bienchen, bei dem warmen Wetter, wie wir es heute und die nächsten Tage wohl haben, fliegen die gut. Wie war denn dein Honigertrag dieses Jahr? Ähnlich wie die Kartoffelernte. Oh. Ganz schlecht. Ah, ja, es war kalt und nass. Ja. Was ist das, Florian? Leider die Schnecken, die Hölle. Ich hatte irgendwann mal keine Lust mehr, diese vielen Schnecken abzusammeln. Irgendwann habe ich es aufgegeben, weil es wirklich keinen Spaß macht. Es ist so die Hölle dieses Jahr. Ach, eine Schande. Jeden Tag, jeden Abend mehrere hundert Schnecken. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und dann sieht es so aus. Aber Florian, da habe ich vielleicht einen Tipp für dich, der dir helfen könnte. Und zwar? Und zwar hatte ich auch ein neues Hochbeet angelegt und habe das dann auch gelesen. Und zwar Rizinusöl ist giftig und die Schnecken gehen da nicht drüber. Du könntest hier einen Rand oder einen doppelten Rand von Rizinusöl um das Hochbeet ziehen. Dann hättest du zumindest keine Schnecken mehr, die von außen vom Garten ins Beet kommen. Andererseits müsstest du dann die Population komplett ausrotten. Das ist sowieso, was hier drin ist. Das ist sowieso. Ja. Aber was ich halt nicht mag, sind so Sachen, wo ich alle paar Tage dann wieder neu streichen muss, irgendwie außen rum. Das vergesse ich irgendwann, dann ist weggewaschen. Das musst du nicht. Das Rizinusöl ist lange haltbar. Das kannst du auch erkennen auf dem Rost. Wenn die Wirkung nachlässt, dann wird es ein bisschen heller. Ich habe alle zwei Jahre mein Beet gestrichen. Wenn du da einmal im Jahr mit einem dicken Pinsel einmal rumgehst, wird das reichen. So lange hält das? Das hält sehr lange, ja. Super. Also das macht wirklich keinen Spaß dieses Jahr. Die Köpfe kann ich noch verwenden. Sie sind fest, außen ein bisschen angefressen. Hier die äußeren Blätter natürlich völlig durchlöchert. Und auch meine Spitzkohlplänzchen sind okay. Außen zerfressen, aber innen sind sie fest. Da kann ich auf jeden Fall ein schönes Sauerkraut draus machen. Werde ich wieder machen, den Herbst. Also dranbleiben. Ja, meine Hokkaidos. Überall wachsen sie. Auch da hinten. Wir haben auch schon geerntet. Der Yelto war ja da. Wir haben einen super Tag zusammen im Garten gehabt. Vielen Dank nochmal an dich, falls du zuschaust. Und er hat gemacht aus Hokkaido und aus Karotten einen Stampf. Mit viel Butter natürlich, Salz, Pfeffer, das war es schon. Und Muskat. Das war so gut. Also ich hätte mich reinlegen können. Aber ich sehe hier noch andere Dinge. Was sind das für Kürbisse? Spaghetti-Kürbis, dazu kommen wir später. Guck mal, was sie da für schöne Eier gelegt hat. Kennst du die? Das sind Gartenperlen. Oh, Schneckeneier. Im letzten Video, da habe ich sie tatsächlich mal gegessen, probiert. Ob man sie nicht vielleicht verspeisen kann. Das wäre ja auch eine schöne Sache, aber keine Chance. Die schmecken ziemlich ekelhaft. Schneckeneier. Leider nicht gewonnen. Gehen wir mal zu Hochbeet Nummer 2. Und hier seht ihr, Boric, Omas. Für mich ist es Unkraut. Warum ist es Unkraut? Weil es hier wächst. Ich habe es überall rausgerissen, wo ich es gesehen habe. Weil es sich so stark ausbreitet. Und trotzdem wächst es dann. Irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Unkraut. Habe ich ja im letzten Video häufig genannt, das Wort. Und es ist nicht negativ bei mir. Unkraut ist für mich das, was in meinen Beeten wächst und da nicht hingehört. Dass es Unkraut wächst. Zum Beispiel der Löwenzahn irgendwo in der Wiese oder sonst wo. Dann ist es der Löwenzahn. Dann ernte ich auch gerne mit Blätter oder Wurzel oder Blüte. Aber geht doch weg davon, die Dinge so negativ behaftet zu sehen. Unkraut ist kein negativer Begriff. So für mich nicht. Deswegen seht es mir nach, wenn ich zu meinen Sachen Unkraut sage, die da wachsen, wo sie nicht hingehören. Ja, ich möchte auch hier noch eine Lanze für den Boric sprechen. Weil es hervorragendes Bienenfutter ist. Der ist unheimlich nektarreich und man sieht immer viele Bienen dran. Das ist ja auch schön, was du hier hast. Sieht aus wie eine Bohne. Faseolus. Ja, das ist eine Bohne. Genau, die ist da auch wild aufgegangen. Da haben wir schon einiges gepflückt von einer Bohne. Das ist unglaublich, was die bringt. Nein, giftig. Leicht giftig, schwach giftig. Kann man gerne probieren. Schmeckt köstlich. Hier nochmal bitte keine Bohnen roh essen. Auch wenn es die Diplom-Biologin hier vormacht. Also vor allem nicht in größeren Mengen. Was ist drin? Fasin. Ja, aber sie ist wunderschön. Ich finde Bohnen sind einfach total hübsch. Schau mal, Meri, ich wollte dir nochmal mein Wasserreservoir zeigen. Das ist eigentlich nur zum Gießen vom Gewächshaus. Habe ich dieses Jahr aber gar nicht gebraucht. Du siehst, wie viele Mückenlarven da drin sind. Ja. Immer wenn ich Besuch bekomme und die sehen als erstes meinen großen Gartenteich da hinten, sagen die Leute, oh je, da hast du ja alles voll mit Stechmücken im Garten. Was sagst du dazu? Ja, der Biologe hatte eine andere Antwort dazu, weil in einem gesunden Teich genug Jäger für Stechmückenlarven drin sind, vor allem in Molche. Molche verputzen die, dann die Wasserläufer, wenn sie welche, die Larven beim Schlüpfen erwischen, die holen sich die, dann die Rückenschwimmer, sind anständige Teichräuber, die fressen sogar, glaube ich, Libellenlarven. Die Libellenlarven selber sind große Jäger. Und mit ihrer Fangmaske, ich mache nur. Genau so sieht es aus. Also sind tolle Tiere, die Libellenlarven. Und ich sehe in meinem Teich keine Mückenlarven. Aber in solchen Tümpeln hier, da ja. Weil hier ist kein ordentliches Leben drin. Das kann sich ja nicht entwickeln. Das lasse ich ja auch immer ab über den Winter oder verbrauche es im Sommer, wenn es nicht so viel regnet wie dieses Jahr. Und deswegen ist hier eher so ein Tümpel. Und da legen die Mücken ihre Eier rein. Und da sind dann Massen drin. So, ihr Kleinen. Jetzt werfen wir noch einen Blick ins Gewächshaus. Da habe ich nämlich meine... Ah! Verdammt! Nein, nicht schon wieder. Ah, die Kamera ist reingefallen. Meri! Meri! Ja, Florian, was ist los? Du kommst doch gerade aus dem Urlaub. Du hast nicht zufällig deine Taucherausrüstung dabei. Guck mal, Meri. Die Kamera ist schon wieder rein. Hier ist das schon mal passiert. Die ist mir in ein Lech gefallen. Die war weg, aber hier kannst du sie vielleicht holen. Ach, kein Problem. Ich glaube, ich habe das schon mal passiert. Ich habe die Hitler-Tagebücher gefunden. Alter, ich habe was ganz schönes. Ich glaube, ich stehe da. Ich schreibe sie auf. Ich schreibe sie auf. Ah! Ah! Ich glaube, das war nicht so. Danke. Super. ach die wärme und was wir auch ernten können sind okay ist das und wir können der wassermelone ernten die sind auch schon reif das ist nicht wahr das ist eine wassermelone dann könnte man vielleicht paar auberginen füllen wie herrlich gott wie herrlich so man die verarbeiten heute abend auf jeden fall ich würde sagen wir machen schön gefühlte oder schienen mit hackfleisch paprika was dein garten halt so hergibt und die sind ja wunderschön ja da freue ich mich drauf also die sind der knaller wahnsinnig süß die sind ja fantastisch die was sweet white sind die lecker wahnsinn köstlich du hast viele tomaten dieses jahr oder das meiste ja schon abgeerntet hast du gesehen in den soßen und dein basilikum ich komme ja gerade aus italien herrlich und deine paprika für eine auch ein paar ernte ja ist das nicht eine melonen art und honigmelonen ja ich weiß letztes jahr hast du mir zwei honigmelonen gegeben das war mit das köstlichste was ich je gegessen habe die waren so lecker und ich wollte nicht glauben dass bei uns so was gutes wachsen kann also ich war schwer beeindruckt die waren super lecker hast du schon geerntet ja schon ein paar gegessen wassermelonen und honigmelonen sterbe ich für das ist die honigmelone petit gris der rennen also allein der geruch also nicht geruch der duft muss man sagen das erinnert an für mich an südfrankreich aber total köstlich kannst du mir noch helfen die küken wieder rein machen ich nehme jetzt immer papier anstatt stroh viele von euch haben geschrieben kein stroh für die küken könnten da umfallen es ist bei mir zwar nie was passiert aber sicher ist sicher 1 2 3 5 7 9 10 12 14 16 18 19 20 21 super 21 von 30 das ist ein guter schnitt ja so lernt mit ist ja super und die anderen gucken dann ab geerntet haben wir zwiebeln paprika knoblauch chili aubergine und eine zucchini und das hier das haben wir draus gemacht mit reis und mit käse überbacken fantastisch das sind jetzt die opunzchen da sind die stacheln weg du schältst die und so sehen sie geschält aus dann müssen aber noch die kerne weg und dann ein bisschen klein schneiden und mit so einem kartoffelstampfer einfach klein machen mit gelierzucker und stehen lassen dann zieht es hier richtig die feuchtigkeit raus und dann kann man es nach einer viertelstunde ungefähr aufkochen gläser mit kochendem wasser ausspülen aufkochen lassen und bei ständigem umrühren vier minuten köcheln lassen stimmt es so so ist das richtig und dann durch die flotte lotte jagen denn drin sind kerne die will man nicht unbedingt haben es gibt schon so kern fetischisten die essen das dann mit aber ich mag es lieber ohne kerne du ich mag auch lieber ohne kerne weil die kerne sind richtig groß guck mal ja und da bleiben sie übrig der geruch ist so unglaublich gut nach erdbeere und fruchtigkeit da bin ich sehr gespannt auf die marmelade dann nehme ich die heiß ausgespülten gläser marmeladentrichter also diese farbe und gläser nicht auf den kopf stellen ist nicht nötig bisschen flüssig geworden wir haben diese lehrprobe nicht gemacht aber macht nichts da haben wir versagt macht nichts schmeckt super in joghurt und so ne so ist es wir haben es ja schon probiert unglaublich fruchtig also lohnt sich schade dass er nicht hier wächst nächstes jahr aus italien bring aber was hier wächst wassermelonen super sind reif schmecken toll und unsere honigmelonen auch was ganz tolles danke möchte ich noch sagen an den lieben robert von happyhuhn der hat mir hier so ein säckchen da gelassen da sind kräuter drin hast du schon mal daran gerochen köstlich da würde ich raus machen wie kräutertee ist aber als einstreu für die hühner gedacht ins hühnernest legen die wahrscheinlich doppelt so gerne robert vielen dank ich habe was ganz tolles bekommen unglaublich muss ich sagen schaut euch das mal an schaut mal die biene da oben und da ein holzbrettchen mit rigotti logo drauf irre ich sag vielen dank an die liebe viktoria du schreibst mir einen brief du schreibst dass du gerne luffa gurken anbaust ich muss dir sagen lass sie ganz reif werden funktioniert am besten immer im gewächshaus bis sie furztrocken sind ganz knackig habe ja da schon ein video zu gemacht schau dir das bitte mal an ich verlinkst dir da in der ecke und luffa gurken ist was tolles beschreibst die biene hast du aus kiefernholz gemacht und das hier ist linde also ich finde es echt stark richtig schön schaut euch mal diese biene wahnsinn alles handarbeit und man sieht auch den rigotti hast du mit dem lötkolben oder mit brennpeter gemacht also von hand nicht gelasert super du hast geschrieben dass du das in einem youtube video dokumentiert hast die arbeit bin ich sehr gespannt drauf du hast nicht geschrieben wie dein youtube kanal heißt aber du möchtest gerne das ok haben für ein thumbnail gebe ich dir natürlich vielen dank viktoria von torsten du schreibst du hättest gerne samen vom essigbaum schicke ich dir natürlich zu kannst du gerne haben ich würde es dir allerdings nicht empfehlen einen essigbaum im garten zu haben die sind sehr invasiv die machen ausleger von unten und wenn du einen essigbaum hast hast du dann auch gleich sehr viele die sind recht invasiv bedeutet überlagert alles andere die breiten sich aus verdrängen andere pflanzen ein invasiver neophyt also du hast mir gestern erklärt neophyt er kommt von außen gehört hier gar nicht her und b er verdrängt andere pflanzen so ist richtig so ist es es ist ein nordamerikaner also keine bei uns direkt heimische pflanze und es gibt zwei formen nordamerikanisch das ist der den ich habe und es gibt den asiatischen da macht man dieses sumak oder sumak heißt glaube ich sumak ein türkisches gewürz oder arabisches asiatisches gewürz sehr gut und ich muss sagen mir gefallen die auch sehr gut die essigbäume sie sind schon schön wenn sie ihr laub haben das grüne laub und dann diese roten kolben da oben drauf und sie verfärben sich ganz wunderbar im herbst das ja sehen toll aus aber verbreiten sich wie hölle dann habe ich einen brief bekommen von einem vollzugsbeamten und jeder habe ich schon angst gekriegt aber nee kein problem er sagt danke und hätte gerne ein paar samen von einer bestimmten tomate schicke ich dir natürlich zu du hast mir einen brief mit einem frankierten rückumschlag zugeschickt so super und ein paar samen einer ungarischen paprika die du aus ungarn geholt hast da sage ich ganz herzlichen dank und du schreibst ein bisschen vielen dank sagst du für die vielen videos auch von marie von wurzelwerks die du gerne anschaust und dass du dadurch gut durch die corona zeit gekommen bist für die spitze ja das da leiden wir ja alle drunter und für dich als in meinem beruf als vollzugsbeamter ist es wichtig einen ausgleich zu haben geht uns allen so wenn wir ein bisschen im büro arbeiten ist doch garten das allergrößte fantastisch du hast einen großen garten wie groß 1200 quadratmeter hast du gemüse dieses jahr nicht weil meine außen lichtanlage ausgefallen ist was die rehe als entschuldigung hernehmen mir alles abzufressen weil es jetzt dunkel ist ich habe es dieses jahr deswegen einfach nicht gemacht weil das keinen sinn hat die fressen alles viele zuschauer brichtens auch die rehe im garten haben ist die hölle also ich bin froh ich habe kein problem mit drehen aber schnecken dafür wühlmäuse aber zusätzlich noch rehe die rehe sind ja konzentrat selektierer so nennen es die jäger die fressen nur das allerbeste ist aller feinste die besten kräuter schien und von denen dann auch nur oben die spitze weg und deshalb deshalb der name aber können viel schaden einfach anrichten schade einfach einen zaun machen geht nicht ich habe mich informiert was am meisten sinn macht und ich habe mir jetzt schon eine spezielle vorrichtung besorgt und zwar eine mit infrarot licht gekoppelte sprinkler anlage die dann wenn das rehe hindurch geht angeht und ich habe es allerdings noch nicht installiert und also nach den stimmen auf dem internet scheint dass das effektivste zu sein was auch ganz gut ist weil ich ich mag katzen aber ich habe viele vögel bei mir am grundstück weil ich am wohnen und ich möchte katzen eigentlich auch nicht da haben und für diese etwas größeren tiere scheint die sprinkler anlage ganz gut geeignet zu sein muss ich aber ausprobieren kann ich dir ja berichten berichte bitte weil ich finde es eine klasse idee also vor allem gegen rehe natürlich die erschrecken sich wie hölle hauen ab und ich glaube gegen katzen wer die nicht mag in seinem garten muss man verstehen ist es auch eine gute art weil man tut ihnen nicht weh damit ich hatte mal nachbar da war ich noch kind da hatte ich ein nachbar der hat sich tatsächlich glas scherben in den garten gesteckt dass die so schön rausschauen dass die katzen da ihre pfoten verletzen und nicht im garten laufen hat einem luftgewehr auf katzen geschossen also die hölle die hölle war das das muss ich sagen nee wirklich nicht felix vielen dank für dein schreiben dir schicke ich natürlich ein paar tomatensamen zu aber bitte nicht weiter nach tomatensamen fragen es gibt ja die tomatensamen verlosung wir haben ja ein paar getrocknet du hast mir geholfen vielen dank mary und ihr habt im letzten video meinen desaster gesehen wo die luci über die tomatensamen ist sich draufgelegt habe war ja meine schuld wer möchte und dieses durcheinander haben möchte da ist drin mom's paste feuerwerk journey prince und noch ein paar andere sorten halt durcheinander wer es haben will schreibt mir bitte einen kommentar netten kommentar und das video und ich melde mich dann bei dir dann schicke ich dir das gerne zu du musst halt dann aussäen und gucken was du was du so bekommen hast aber ich möchte noch danke sagen an tobias t du hast mir was von der amazon wishlist zugeschickt ein paar led birnen du sagst danke schön für die tolle arbeit und die videos die dich inspirieren und unterhalten und schreibst dann vielen dank von jake an euch beide oder du alleine vielen dank mary vielen vielen dank für deinen besuch vielen dank für deine hilfe hat spaß gemacht wie immer wie immer macht es mir auch sehr viel spaß hier ich würde was vermissen wenn wir das nicht machen du bist jederzeit herzlich eingeladen immer lustig mit dir es steht ja immer noch was aus was steht noch aus die verkostung von felser kastanien saumagen das hat ja letztes jahr leider nicht geklappt das werden wir noch stimmt du bist ja aus der pfalz da saumagen ich kenne ich habe noch nie saumagen gegessen wer es kennt schreibt es mal bitte in die kommentare rein würde mich interessieren ich habe jetzt nur von dir erzählungen und von marcus der auch aus dem aus der pfalz kommt und ich dachte immer das sei was ekliges aber es scheint was richtig gutes zu sein wir werden dir da das entsprechende corpus delicati bringen was ich auch noch unbedingt mitbringen muss ist natürlich dann wegen deiner schrecklichen kartoffelernte ein paar säcke kartoffeln damit du mir über den wind die quarta hast du gesagt die quarta wird sein bin ich gespannt mary vielen dank vielen dank an euch fürs zuschauen ich freue mich wenn wir uns das nächste mal wieder sehen bleibt mir treu aber heute sagt euer selbstversorgere gotti mit mary ciao